Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Modforschung, hier in Sachsenetzplayer willkommen und jetzt den Deutz Agrodron M620 an mit 155 PS sowie 140 Euro Unterhaltskosten pro Tag, äh, Entschuldigung, und sowie 165.000 Euro einmalige Anschaffungskosten. Zu diesem Deutz M620 bekommen wir, nein, bekommen wir, das Sigma 4 Titanium Frontladeraufsatz für noch einmalige 10.000 Euro sowie 10 Euro Unterhaltskosten pro Tag noch dazu. So, Modell und Textur. Da das Sigma nur ein, ja, Zusatzbestandteil ist und nicht unbedingt zum Mod gehören muss, wird nur der Tracker bewertet, was Modell und Textur und Funktionen und so weiter und so fort angeht. Und da fangen wir gleich mal an. Modell ist, äh, ja, wie bei den anderen auch schon Bombe. Gibt's an sich nicht zu meckern, die reiben sehen schön aus, wir haben scharfe Texturen, bis auf hier diese kleinen Patzer-Schen. Aber hier vorne sieht man zum Beispiel M620, das sieht wunderbar aus, genauso vorne wie das Deutz-Fahrer. Der Innenbereich geht auch in Ordnung, sind jetzt zwar nicht diese, die Vielfalt von, ähm, ja, Texturen, die man sich, äh, eventuell erwünscht hätte, aber es ist alles in Ordnung. Deswegen gibt es für Modell und Textur 4 von 5 Sternen. Kommen wir mal zu den Funktionen. Ja, wie eigentlich bei den, äh, restlichen anderen dieser Serie, können wir mit der Taste B, äh, den Frontlader-Attacker aktivieren. Mit der Taste X können wir das Ganze wieder deaktivieren. Je nachdem, ob wir halt den Frontlader vorne drauf klatschen wollen oder nicht. Wir werden das jetzt hier einmal tun. Also einmal B drücken, dann halt so ranfahren wie immer und dann einmal Q. Ja, das Sigma 4 lässt sich dann ganz normal steuern über die Maustasten, hoch, runter, links, rechts und so weiter und so fort. Hier können wir auch wieder mit der Taste 5 unseren Modus durchschalten. Einmal 5 drücken, haben wir rechts ein Radgewicht dran, zweimal haben wir links ein Radgewicht dran und rechts, also beidseitig. Und dreimal haben wir die Radgewichte wieder draußen. Mit Bild hoch, Bild runter können wir den Drehzahlbegrenzer aktivieren und, ja, Position 1 für die Rundumleuchte ist okay, ist jetzt nicht die schönste, ist okay. Und mit der Taste Nubi 2, Nubi 1 und Nubi 3 das Lichtskript. So, und überall fall ganz normal das Licht ein, Licht aus. Einmal aktivieren, vorderes Arbeitslicht plus Fahrtlicht, zweimal hinteres Arbeitslicht und vorderes Dings. Und dreimal wieder deaktivieren. Kommen wir mal zu der Fahrphysik. Ja, die ist nämlich soweit auch wieder in Ordnung. Man hört alleine mal bitte auf den Motorsound. Also das ist wirklich schon im Vergleich zum Standortdeutsch wirklich, wie gesagt, ruhig, angenehmer. Und hat halt hier auch eine maximale Geschwindigkeit von 50 kmh. Kommt über Wortschreinkanten, ja, wie gesagt, immer mit etwas Bedacht drüber. Das ist alles hier problemfrei. Da gibt es also an der Fahrphysik auch nichts auszusetzen. Auch im Bereich hat man dementsprechend die Übersicht. Nö, ich hab da nichts zu meckern. In dem Sinne, für Funktionen 5 von 5 Sternen. Lockfehlerfreiheit, der Mod ist lockfehlerfrei. Schön, könnte man sich glatt wieder dran gewöhnen. 5 von 5 Sternen für Lockfehlerfreiheit. Persönliche Meinung, auch hier wieder wunderbar. Ist ja nicht der erste Deutz in dieser Serie, Reihe, Marke, je nachdem. Gab's bis heute eigentlich nie was an den Dingern auszusetzen. Nettes Teil, mach weiter so. Vielen Dank für den Mod. Persönliche Meinung, 5 von 5 Sternen. Somit kommen wir hier wieder auf eine Gesamtbewertung von 19 von 20 Punkten. Durch 4 ist 4,9. 4,8 noch was. Deswegen, Gesamtbewertung 5 von 5 Sternen. In dem Sinne, wollt ihr euch den Mod downloaden? Linken der Videobeschreibung bei mir oder bedanken, beziehungsweise in Verbassungsvorschläge da lassen. Auch hier wieder bitte in Englisch. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ho, Troin. Ho, Troin.